Norddeutscher Rundfunk 2021 Lass uns bitte. Aber abmelden, solltet ihr nicht gleich. Ja, für was? Bin ich hier in einem Gefängnis? Hallo! Bist du da? Bist du gesehen? Hast du dir am Grab versucht? Es kommt einfach nicht drüber weg. Schau mal mit ihr zu machen. Jetzt wäre mir noch träumen, wenn bei uns eine eigene kleine Boutique aufmachen. Also da rein, Valérie. Schlechtest nicht. Die Witze sind nicht gut verneid. Das ist eine ganz alte Nehtechnik angewählt. Dann musst du mir halt etwas nehmen. Bist du nur ein bisschen aus der Rübe? Geht ja furchtbar auf. Also ich hätte dir das wirklich nicht zugedraht. Was soll das hier? Das ist eine Langerie-Boutique. Die Mutter vom Pfarrer lädt den Dessal auf. Bei uns hier im Dorf gibt es eine neue Tendenz, die einem jegliche Würde abhanden kommt. Dann können Sie diese 7 Mädchen. Entweder unternehmen, du jetzt etwas oder ich. Im Moment eigentlich jeder könnte mir sagen, wie ich mein Leben leben soll. Ich bin doch schon der Aktor die Pfarrer, die noch nicht einmal in den Ringeln sind gelegen. Ich werde der Engel wieder normal. Ich muss drängen. Ich bitte zu der Käthe auch, die von der Langerie-Boutique starten. Ich bitte zu 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 der Langerie-Boutique starten.